Willkommen zurück bei Skywim, wir sind hier... Wenn die Chance besteht, dass mich das rettet, dann ergreife ich sie. Ich gehe voraus, aber ihr haltet mir besser den Rücken frei. Ja, wir haben ja noch diese Miss-Zumme mit dem Ork. Bringen wir es hin. Was gibt es? Wenn ihr meint, dass das uns nützen wird. Toll, kann ich es nehmen, die Flammen sind zu viel, so viel haben wir es zu... Das ist doch wie ein Mist, dann... Nein, dann bleiben wir bald hierbei. Dann können wir uns ja noch... Das heißt, wir können ja nichts einsammeln. Einfach zu viele Sachen wieder dabei. Oh, das ist immer schön. Ich bin froh, dass ihr hier bei mir seid. Hopp! Ach, der Typ ist noch da oben. Ich dachte, der wäre schon... Ah, ist er da? Okay. ... Wie geht ihr? Wie geht es? Zeit Wie ihr seid? Gut. Aua! Blöder Riese. Was steht denn einfach da hinten noch rum? Versaut das bloß nicht. Wachen? Oder noch länger? Das fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Ich habe so lange nicht mehr geschlafen. Kämpf, wacker! Und du bleibst da stehen, oder was? Oh. Oh. Aua! Jetzt bringen wir hier alle Riesen um. Da ist er. Da ist er ja. Ach nee, das ist er. Wo ist der Riese? Wo ist der Riese? So. So. Da geht's lang. Dann... Oh seh. Hm. Na schön, dann würde ich eben diesen Riesen. Bum. Hahaha. Bum. 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 Und jetzt, wir müssen ihn auf jeden Fall kommen. Bum. 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 Euch schlägt ein wahres Kämpferherz. Ich hätte es nicht besser machen können. Natürlich kann ich euch nicht lebend gehen lassen. Wir wollen doch nicht, dass jemand davon erfährt. Woher seid ihr gekommen? Das war so klar. Immer diese miesen kleinen Verräter hier. Ja, Mars war ein Dummkopf. Er hat ständig versucht, sich mit Intrigen und Betrug seiner Verantwortung zu entziehen. Nun, die Riesen haben sich um ihn gekümmert. Und ihr habt euch um die Riesen gekümmert. Damit haben sich zwei Probleme auf einmal gelöst. Bringt nun Chagrols Hammer zurück nach Largaspur. Und wir werden sehen, ob wir auch dem Rest von ihnen, die Leviten, lesen können. Eieiei. Das war ja fast klar, dass sowas passiert. Was? Du kannst von diesem Ort nicht... Wieso? Na gut. Dann gehen wir halt erst zurück. Zählt doch als Höhle, oder wie? Na gut. Irgendwie habe ich schon damit gerechnet, dass der uns hinterher dann auch angreift hat. Bis jetzt haben uns fast alle, denen wir geholfen haben, wir haben uns am Ende angegriffen. So, hier durch. Und hier raus. Schwupp. Ich hoffe nur, wir müssen jetzt nicht alle auslöschen, das wäre irgendwie schade. Magische Wände erschaffen eine Barriere, die allen Schaden zufügt, was sich durchs Hindurch bewegt. Ich kenne die Geheimnisse der Mystiker. Ich habe alle Arten von Heilnickeln, falls ihr welche benötigt. Ja. Aber, was ist mit Jamars? Ich verstehe. Er hat nicht überlebt. Hatte er... Hatte er einen guten Tod? Er hat mich gebeten, den Riesen zu töten, dann hat er mich angegriffen. Was? Warum sollte er sowas tun? Jamars war ein Feigling und ein Schwächling. Seine betrügerischen Maffenschaften sind euch teuer zu stehen gekommen. Er ist also bestraft worden? Und was wird aus uns? Welches Schicksal sollen wir erleiden? Ihr werdet euch beweisen müssen. Aber ich will euch eine Chance geben. Gulasov ist jetzt euer Anführer. Hoffentlich ein besserer. Ihr da, legt diesen Hammer auf den Stein. Nur ihr habt in all den eure Würdigkeit unter Beweis gestellt. Unser Stamm hat lange genug ohne eure Einmischung überlebt. Mir ist klar. So. Heute frisch sein. Das wird... Möge euer nächster Kampf siegreich sein, mein Freund. Das wär's also. Wer auch immer das getan hat, ich werd ihn finden. Hätten wir das auch erledigt. So. Das geht nicht. Wieso steht das von... Wechs eigentlich nicht mehr da drin. Wartet mal. Das mit den ganzen Steinchen, die wir für Wechs besorgen sollen. Und das hier müssen wir zuerst ein. Wo ist sie denn? Ja, mit dem redet man wohl gar nicht mehr, ha? Blöd, Mann. Wenn wir nicht gewesen wären, wäre die Diebesgilde zugrunde gegangen. Wo ist sie denn? Da. Ich brauche dir ein paar Septime, dann habe ich genau das Richtige für euch. Es ist schon eine Weile her, seit ich einen davon gesehen habe. Das ist ein Stein von Barenzia. Nicht in diesem Zustand. Den Stein hat ein Dieb aus der zeremoniellen Krone Barenzias entfernt, um seine Sporen zu verbischen. Ich glaube, es waren insgesamt 24. Die meisten Leute bewahren sie nur als Kuriosität auf. Im Laufe der Jahre haben einige gelben Mitglieder versucht, sie zu finden, aber ohne Erfolg. Nun, bis jetzt. Hört zu, ich kann nur Dinge kaufen, die ich schnell mit Gewinn weiterverkaufen kann. Und diese Steine will niemand haben, wenn nicht der ganze Satz beisammen ist. Ich sage euch etwas. Kommt wieder, wenn ihr auch die restlichen gefunden habt. Sonst behaltet ihn. Vielleicht bringt er euch Glück. Gut. Ich kümmere mich um Einbruch, denunziert. Wenn euch solcher Arbeit nicht zusagt, fändet euch ein Delvin. Vielleicht gibt es etwas direkter und sagen wir persönlicher zu. Machen wir mal ein... Machen wir einen Einbruch? Machen wir einen Einbruch. Ganz einfach. Ihr brecht in ein... Ja, schon klar. Ja. Seid ihr bereit für einen guten, alten Einbruch? Ja. Gut. Hier ist alles, was ihr wissen müsst. Wo sollen wir denn einbrechen? Einsam... Wir sollen nach Einsamkeit. Machen wir mal schnell einen Einbruch. Lalalala. Schwupp. Da unten. Gehen wir vom blauen Palast aus hin. Waldelfen. Schicker Burgen. Es ist doch nicht wahr, was euch und die dunkle Bruderschaft sagt. Mit der Wahrheit ist das immer so eine Sache. Denn wer sieht uns? So. Ach. Und zurück. Hat er noch hier. Mal schnell wo eingebrochen. Dann nicht schön. So leicht geht das. Das Iran ist gar nicht mitgekommen. Es ist schön, euch wiederzusehen, Freunde. Ja, ebenso. Die Türen gehen zu langsam auf. Unser Gildenmeister beehrt mich mit einem Besuch. Gut. Dann braucht ihr jetzt wohl euer Geld. Schön. Gebt jetzt nicht auf. Dort draußen wartet die der Meierbeute nur darauf, dass sie sich nicht macht. Willkommen in unserer netten kleinen Familie. Ich bin einer der Beobachtungsposten der Gilde. Ich halte Delven den Rücken frei. Und wir hauen ab. Geht mal, die sieht die ganze Gilde, die taugt doch auch nichts. Ups. Hier hinein. Und raus hier. Kati. Kati. Schwupp. Wir sind hier zu Hause. Ist das nicht schön. Das ist langweilig, ja? Der Typ hat Leben von mir aus. Leben. Puh. Ach, schaut mal, steht ja auch ein Bett und sowas drin. Na gut. Sie dudelt da ein bisschen rum. Aha. Ich habe auch einen Tisch. Na, so langsam geht es doch. Beutel, Beutel. Okay. Noch mehr Schränke. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ah ja. Okay. Steht auch noch ein Schrank. Noch ein Schrank. Sonst haben wir hier oben. Ah, okay. Ja. Was haben wir hier? Na gut. Wir landen erst mal auf dem Tisch. Die Waldtüte. So. Na, dann können wir uns auch direkt hier hinsetzen und den nächsten Part hier weitermachen. Sag, erst mal bis dann. Und. Wie es aussieht. Na, bis dann Freunde und bis zum nächsten Mal. Ciao.